Ich laufe, bitteschön. Dank Künstler Gerd Labert wird uns jetzt kurz sagen, dass er sich erwartet von einer Einrichtung wie das Stadtwerk Lehn. Kann es sein bedeuten, dass das Lehn das neue Barcelona wird? Naja, das wäre schon leicht übertrieben, glaube ich. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eine schöne Sache sein kann, wenn das passiert, was man sich vorstellt. Ob das dann passiert, wird sich ja noch zeigen. Aber es tut sicher Lehn gut, weil Lehn ein Stadtteil ist von Salzburg, der meiner Meinung nach im Kommen ist, würde ich mal sagen. Und das braucht natürlich sowas. Und wenn es Wohnbau, Kultur, Freizeit, Gestaltungsgeschichten gibt, wenn es vielleicht auch etwas für Kunst gibt, deswegen bin ich hier, dann wäre es natürlich wunderschön.